Setz da hin und sei ruhig. Hey! Pabernbau und äh penutz mich und pepbagboy. Präsentiert euch die Spie-Log. Mach an ihr und siebst ne Schelle. So, klick's Daumen nach oben und kick's mit zum Ende seid ihr. Sonst klatscht das. So, du mach an die Kiste rein. Ja, erstmal G einnehmen, Hannover. Ne, aber das Auto steht dabei G. Ach so, du bist da hier schon. Ja, okay, alles gut. Ruhig, ruhig, ja, ich würd ja gern mal. Wer fährt denn da weg? Der fährt einfach weg. Voll das Arschloch. Tschis! Äh, hau-Hund, mein ich. Tschis, bis zum nächsten Mal. Und hauen auf den Zuschauer zu einer neuen Folge Battlefield 1. So, wir haben ja schon alle. Freddy, wie können wir denn Freddy verlieren? Ja, ich habe schon alle Punkte eingenommen, voll überkrass. Ich bin erstmal raus und ist das überkrass, hatten wir noch nie. Ja, das ist wirklich schon so ein bisschen überkrass hier. Oh, direkt vor mir ein Auto gespawnt hier. Hab ich auch noch nicht gehabt. In 430 Folgen Battlefield. Und weg gesnipert, geil! Und F. Arisaka, Typ 38, Patrouille. Ich hasse Sniper, ich hasse euch, eure ganzen Familien, eure Vorfahren. Gut. Ihr seid eine Brut von... List-Maden. Talisten. Bist du im Auto noch? Ne, bin bei F und lass mich hier, weiß ich nicht. Bombardieren. Warte. Wer macht denn hier so ein Krawall? Ja, der liegt hier. Komm, wir nehmen uns dir das Auto. Ich nehme überhaupt nichts. Ich bin tot. Komm, Robert, hier und draußen. Ja, das ist drei Leute abgeknallt hintereinander. Der liegt da ein... Ja, endlich hat ein meiner weggesprengt. Kommst du, Auto? Danke, Knochenjäger, ja. Ich stehe hier vor dem Tor, aber Beeilung. Ich spawne einfach bei dir. Ich bin ja tot. Ach so. Ach so. Na ja, das wies ich oder was? Das habe ich schon dreimal gesagt, glaube ich mittlerweile. Der Panzer, raus. Hä? Wieso denn raus? Oh. Was ist denn? Warum hagelt der denn manchmal jetzt hier so neuer Dings? Das ist ja wohl, Hurenkind. Gut. Hast du das auch manchmal, so ne Mini-Aussetzer, dass der so leckt? So eine halbe Sekunde? Dann höre ich dich auch manchmal nicht mehr. Eine Stunde. Äh, eine Sekunde. Das System läuft optimal. Eine Stunde. Eine Stunde geht ja noch. Das ist ja dann nicht ganz so schön. Nur so ein Stündchen, ja. Aber trotzdem nerv ich manchmal. Mann. Lass die in Ruhe hier, die Kinder. Mann, Bastard. Die Kinder. Die Kinder. In der Michael Jackson. Ne, was soll denn das? Der Hack zielt aber auch. Ich renne auf den Zoo und zielt da irgendwie. Oh mein ey. Ja, natürlich. Ja, klar. Und jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. Hat's dich weggefickt? Ja. Und eine Sekunde danach habe ich ihn ausgeschaltet mit meiner Abwehrgranate. Ach, hier sind noch wieder keine Sandys unterwegs. Das ist schön. Weiblicher? Ja, du weiblicher oder männlich. Hauptsache, es ist auch ein Sanitäter, wer meinst du? Wenn der eine Transe ist, der soll mich einfach wiederbeleben. Ein Transitäter. Ein Transitäter. Ein Transitäter, ja. Oh, hier rechts. In dem Auto? Was denn in dem Auto? Ich weiß ja nicht, was du willst, Mann. Nee, du bist hier nicht drin damit. Ach, scheiße. Schon vorbei. Mann, Fotzen, Fotzen. Es ist so zum Kotzen. Fox neigt 29. Du bist nur Nutte. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Ja, wir losing hier everything. Mann, nehm jetzt B ein. Boah, was ist denn? Warum spawn ich denn bei dir auch? Sei vorsichtig. Ich weiß es nicht. Nee, ich bin vor. Ich laufe dir schon, Gustav. Na. Hau hin! Oh. Was sind die denn hier alle? Hey, in dem Haus sind sie drin. Wie kann der mich denn als erstes noch töten? Selbstladebüchse. Das ist ein Sanitäter. Der hat keine Spritze bei, du. Ach ne, das war der Gegner. Der hat mich abbeknallt. Ja, schon gut. Ja, schon gut. Ja, komm, du sie ja hier ist. Hallo, meine Fresse. Naja, würde ich denn wissen, wo der ist. Ist die da oben? Ja, da oben. Weil ich auch sehe. Hä? Ist das ein scheiß Baum da hinten? Ach ne, da kommt doch einer. Hier bei dem scheiß Regen siehst du ja auch nischt. Es ist eine Qual. Komfort aus dem Lauf. Manchmal wundert man sich aber auch, wie man Kena wischt hat, obwohl der da genau in mir rannt ist. Ja, ja. Das ist, äh, das haben sie patched. Das ist seltsam. Das haben sie patched. Das haben sie da ja patched. Naja, das ist nicht mehr so einfach. Was? Jemanden zu treffen oder was? Haben sie das Schwert allgemein zu treffen? Ja. Hochgeil. Ah, ooooh. Ja, und geil. Fast Profil angewählt. Den haben sie aber ordentlich gegen die Wand gezwiebelt. Da ging die Mauer. Eieieieie. Das sah übel aus. Gut. Gott, das ist für den. Nee, warte mal. Gehen wir zu A. Wie ist denn Wohltien wieder? Eieieieie. Schon wieder sind wir. Tod. Hasten? Ja. Wurde aber wiederbelebt in einmal hin. Wo auch denn der Bastard? Tod. Tod. Hier ist ein Auto, holst du ihn mit uns auf? Ja, definitiv. Du fährst, kann ich dir die Schuld geben, wenigstens. Ich sehe schon die Landmine hier. Und ich sehe schon den Panzerländer. Oh ja, und raus, ich bin hier raus. Ich bin hier auch raus. An dem Rohr ist einer. Ja. Oder jetzt nicht mehr. Aber eben war da noch einer dran. Die Tür ist natürlich zu. Geil. Die andere war offen. Ich bleibe hier draußen, falls hier einer kommt. Du sollst ein Truppbefehl geben, einfach nur. Okay, ich liege hier bei der anderen Tür, die zu war, wenn es da einer kommen sollte. Ja, jetzt kommt er. Wir hören schon. Ich hab ihn. Nimm das und versorg deine Wunde damit. Hast du die aufgemacht gerade von drin? Ja. Ja. Dann komme ich jetzt drin. So, kommst du drin oder nicht? Dann bleibst du draußen. Gut. Dann bleibst du draußen. Ich hab's dir wieder zugemacht. Was? Andere Tür? Achso, da liegt noch einer. Oh, der Panzer hat den direkt da vor der Tür. Oh, oh. Ich hab ihn getroffen. Angehittet. Sehr gut. Oh, scheiße. Ich hab hier eine Munition mehr. Der andere lebt da nicht mehr. Hast du die andere Tür zu ihm? Ja. Kommt er. Hab ich. Ja, die andere ist zu, ja. Erstmal. Oh, da kommen noch mehrere. Drei Leute stehen da. Plus Panzer. Oh, Robert. Das tut man schon nicht. Oh, was? 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 Ah, du Hure. Ja, den Order. Komm, du Nuttenkind. Oh, krass. Da sind aber noch welche. Ja, ja. Jetzt kommt der wiederbeleben. Jetzt kommt der wiederbeleben. Achtung. Oh, nee. Jetzt kann man von hinten. Jetzt kann man von der anderen Tür. Scheiße. Ach, scheiße. Ach, schade. Voll der Oberkinder. Alle weggekneiter. Ich dachte, ich hab ja nichts zu verlieren. Dann bin ich einfach Marini ran. Nee, ist ja richtig. Ah, süß gemacht. Dieses Profi-Pad macht sich bemerkbar langsam jetzt. Oh, Gott. Das will in dieser Schwabe. Kauft euch das, Leute. Kann ich nur empfehlen. Er kriegt eine Provision dafür. Für jede Pad kriegt 10 Cent Provision. Oh, Wahnsinn. Das Ziel darf nicht fallen. Verteidigt das. So schlecht ausgehandelt. Ja. Nee, natürlich Spaß. Kriegt natürlich nichts. Ja, nichts. Kriegt natürlich 50 Prozent. Ja. Das Ziel dort herobern. Nö, man gewöhnt sich langsam ran. Aber er ist halt auch ein bisschen ungewohnt, weil die... Die Schwinger... Ja, genau. Die Schwinger. Sag mal. Durch den Hinterherrenner hieß er irgendwie gut rum. Nee, ja doch. Aber durchs... Na ja, klar. Ja, doch. Draw kill. Nee, die Sticks. Die Schwinger vor allen Dingen. Die Sticks. Weißt du? Ja, die sind... Die Schwinger. Die Schwinger? Ich hab gesagt, die Trigger, hab ich gesagt. Ja. Ja, das war ja auch falsch. Grundsätzlich. Ja, wahrscheinlich. Die Schwinger hab ich verstanden. Na, die Nippel halt hier. Die Nippels. Einfach nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Bam, bam. Dam, dam. Drauf, du Spasten-Bastard. Spastard quasi. Der Nippel durch die Lasche ziehen. Dam, dam. Dam, dam. Dam, dam. Wie, ne? Doch. Naja, dam, dam ist was anderes. Ja, hab's umgeschrieben. Konnte man den nicht immer beschädigen von draußen an seinem Rohr? Hm. Ich bin bei A. Ja, ich auch. Hm. Ah, ich hab den Naken-Controller, da hast du keine Chance. So. Hoppala. Wollte gerne schießen. Wir haben Einsatzziel Berta verloren. Wir haben einen Ziel verloren! Hier ist die Granate! Komm, ne? Ja, da kommen wir hin, na. Ah, der ist von uns. Gott. Der war mit Sicherheit nicht von uns, gar nicht. So, links er, links bin ich. Ah, der ist hier links. Zwei, hab ich jetzt. Ah, zwei, äh, zwei gegenderische Soldaten. Oh, yes, ich hab von mir, mit mir festungsgeschützt. Der wird Auto. Schnell. Ich bin hier am Festungs... Ja. Dann fahr ich jetzt los. Ich muss los. Ich schießen. Ich schießen. Ich komme. Ich schießt. Fahr. Fahr. Fahr mal außen rum. Wollte ich selber hier. Oh, oh, hier ist ein Panzer entgegen. Oh, was denn? Raus. Nein, fahr weiter. Es sind zwei Gegner direkt. Nee, warum bin ich auch gestiegen? Ich fahr jetzt. Ich muss jetzt weiter. Weiter. Und weiter. Raus. Ja, ich hab den Sniper noch geknippelt. Ja, ich hab ihn hochgemacht. Ja, sehr gut. Geht doch. Hier ist in einer Gattenshause eingestiegen. Geht doch mit dir. Ja, das eingestiegen ist ein Einbrecher. Sei vorsichtig. Hab ich. Man weiß nicht, ob er bewaffnet ist. B haben wir. Tot. Achso, okay. B haben wir noch nicht. Das ist ein Panzer. Achso. Das ist ein gegnerischer Panzer. Geil. Achso. Der hier durch mich durchgefahren ist quasi. Ja, geil. Oh, Gott. Bin ich blind. Schieß doch. Jawoll. Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Kuss die Eier. Kuss die Eier abgeklemmt. Mann. Ne. Scheiße. Weil ich schon fast kaputt war. Geh hier ab. Töte hier alle. Ich seh schon. Da hinten hockt schon wieder so ein guter Sniper. Sonst kackst du wieder ab. Ne, mach mal nicht. Ach, der Sniper. Der rennt. Der ist gerade auf dem Weg zu dem höchsten Hügel. Da wieder am Kartenrand. Der Bastard. Naja. Von hier treff ich den nicht mit meiner. Was soll ein anderes gedacht von? Wir können hier das Auto nehmen. Ne, können wir nicht. Das ist fast kaputt. Was da brennt, hab ich auch schon überlegt. Aber hier ist noch das andere Auto. Ich bin bei dir. Was hast du da hier geparkt? Kann sein, ja. Das hab ich wirklich da geparkt, ja. Mann, steig aus. Äh, ein. Steig aussteigen lieber. Steig auf. Bist du drinnen? Ja, ja. Da hinten ist doch irgendwas gelandet. Guck mal, da ist ein Fallschirm. Neuer Sniper wieder. Ja, sehr gut. Ich hoffe, wir kommen hier vorbei. Irgendwas schießt uns doch egal, oder? Oh, da vorne. Ja, die liegen da. Wir fahren jetzt weiter. Ja, ja. Hätte ich jetzt nochmal gedreht, dann wäre vorbei gewesen. Ja. Oh, oh. Hier ist der Panzer. Ja, ja. Und genau. Richtig geil. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, sorry. Bin zu spät zu sehen. Oh, was sind denn die Leichen gelandet, ey? Die sind ja irgendwo im Wasser. Geflatscht. Aufgeflatscht. Aufgeflatscht. Die können ein Boot nehmen und da von da zu A ran fahren. Komm, mach, mach, mach. Ich fahr mit dir mit, einfach. Ich hab ein Powerboot. Speedboot. Ich weiß nicht, ob du zu schnell bist. Nein. Ich bin echt leis am Vorhang. Ja. Mir allerdings hoch. Mann, ey. Vor allen Dingen geil, dass der Behemoth von denen im Wasser ist jetzt. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Ach ja, stimmt ja. Scheiße, das ist da hinten. Oh, fegt doch die Henne da. Ey, gibt's doch nicht. Ja, schieß auf ihn. Mach's mir bemerkbar. Mach ich. Absolut. Geil. Oh, Mr. Hitman ist auch noch bei uns eingestiegen. Aber wir können ja uns vorbei schleichen. Mann ey, fahr doch mal schneller mit dem Rotz. Äh, bei eh. Oh, ist das langsam. Ist das langsam mit dem Boot. Ist doch nicht sein Ernst. Fah. Ach doch, bin ich hier auf Kanten. Auf Kanten. Ich fahr, ich fliege. Oh, hier ein Boot vor uns. Was? Ja, das ist das Riesenschiff. Nee, da ist ein U-Boot vorbeigefahren. Naja, aber da ist auch so ein kleines Boot. Da ist ein U-Boot vorbeigefahren. Hast du gesehen, Robert sieht auch U-Boote. Wir müssen hier irgendwo aussteigen. Komm, wir steigen jetzt hier aus. Wir sind die ganze Unterseite aufgerissen. Ja. Ja. Ich steig aus hier. Weg. Weg schon raus hier. Boah, da war grad noch so den Fallschirm da. Oh, wie spannend. Immer zu A, wa? Und da kommt ein Panzer. Naja, wo ist das denn weniger hier hingefahren? Ach, scheiße, hau ab. Ist das hier am Rohr auch ein gegnerischer Typ? Ja. Ja, geil. Aber der wollte mir grad mit dem Gesicht schießen. Nee, ist jeder von uns an dem Rohr. Nee. Doch, doch. Der wurde mir blau angezeigt. Stimmt. Ist ja gut. Oh. Ich bin unten. Ich bin oben. Direkt. Was ist denn oben los? Wie viel sind denn da? Schwer zu sagen. Im Moment sehe ich gar keinen. Aber hier sind auf jeden Fall Leute. Unten ist einer. Ich bin tot. Weil ich dumm bin. Panzer ist jetzt vor dem Tür. Äh, vor der Tür. Vor dem Tür. Vor dem Tür. Vor dem Tür. Vor dem Tür. Sei vorsichtig. Zwei Panzer, glaub ich sogar. Yeah. Nee. Oder einen so'n Jeep ist das, würd ich mal. Ah, aber der hat getroffen. Gut. Ja, und den hat getötet. Sehr gut. Was ist denn mit dir los, vor der Killer? Ja, Mann. Das muss nur an der Panzer dran glauben. Und dann... Du schießt hier schon den Panzer, Robert? Die du von der Seite ran? Ah, ja. Ich treff den leider. Oh, das Boot. Das Behemoth. Oh, nee. Oh, jetzt werd ich von überall beschossen. Oh Gott. Rein. Einfach rein. Oh, ich bin jetzt unten im Bunker. Oh, runter. Ich bin fast tot. Ich bin auch fast tot. Oh, weah. Oh, das Dreadnought. Oh, wir haben ja alle Punkte. Das ist ja auch ein richtiger Rape hier wieder. Das sieht übel aus. Scheiße. Wer hat denn die Granate reingemacht? Oh, der Panzer steht jetzt hier noch vor der Tür. Oh, der Panzer steht jetzt hier noch vor der Tür. Hä? Hä? Hat der um die Ecke geschossen, oder was? Pfff. Hm. Naja, gut. Das ist richtig geil hier zurückgekommen. Ja, super. Ich glaub bei A spawne ich dich noch mal. Naja. Ich nehme die D. Geh mal zu B. Mhm. Von hinten beschießt mich irgendjemand. Wie denn? Wieso denn? Wo kommen denn da drei Leute auf? Zwei Leute? Wo kommen die denn her? Sind alle gespawnt. Erst ist einer gespawnt und dann sind die anderen. Ah, wahrscheinlich. Dahinter gespawnt. Doch, ich hab sie gesehen. Ah, stimmt. Ich hab wieder richtig Glück gehabt. Komm, ey. Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten. Ach, du Scheiße, der Bomber. Das ist ja einer von uns. Das ist wunderbar. Ja. Inzerbomber. Mann, diese scheiß Büsche hier. Hinter dir. Ah, hab ich. Krass. Danke. Sind da noch welche bei B, wa? Ja. Wir rennen einfach mal runter. Weg. Weg. Was ist denn du? Und Ena rennt hier, rennt hier rum. Oh, was? Ein Sniper. Na ja, der hat sich wieder oben auf dem Hügel platziert. Hier, da. Macht sich das da gemütlich. Ein Arschloch. Komm, Sani. Schaffst du das noch? Zehn Meter. Komm, gib dir mal Mühe. Jawoll. Und renn hier. Mann, mach die Runde aus. Ja. Sehr gut. Gut. Oh, Krieg im Beisaal. Gute Wunder. Kann ich immer wieder machen. Oh, ja. 29.667. Ich weiß nicht, ich hab jetzt gerade nicht hingekriegt. Ja, ja. Woll ich jetzt auch sagen. Ne, wirklich. Ah. Krass. So. Ja, schöne Runde. Ja. Deswegen mal Highlight. Sehr gut. 22.7. 22.7. Na ja. Lass dich doch sehen hier. Oh, der Beste aus dem anderen Team hat er 9.000 Punkte, ey. Übertrieben. Krass. Ha, okay. Ja. Ja. Ja, siehst du mal. Killer Runde. Eben noch da hier. Ja. Vier da. Mobile 5 da. Hallo, Freunde. Wir sehen uns. Auf Video sehen, ne. 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 Därem nur noch. Därem子. Ja. Därem子. 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 Vielen Dank.